ich bin gerade am umräumen aber ich zeige euch das mal ganz einfach konstruiert ich habe so einen billigen klapptisch drüber einfach ein stab durch drei lampen kann sich runter hängen und die beleuchten mir die pflanzen hier unten bringt es nicht so viel unter könnte man mehr machen lampen auch teure lampen es gibt jetzt mittlerweile bessere der wir allerdings schon mehrere jahre jetzt und die tun immer noch ihren dienst finde ich cool damit sich das überhaupt rechnet sollte natürlich energiebilanz stimmen hier sieht man alle drei lampen brauchen 32,1 watt schauen wir mal ich habe bis jetzt 10,3 kilowattstunden verbraucht vom vom mitte ende herbst bis aktuell heute ja es immer noch einige andere funktionen aber mittel liegen die bei 34,1 watt im durchschnitt bei 32,1 was jetzt so steht ist ein fast kaputt gegangenes pflänzchen ist jetzt wieder erholt habe nicht zum essen und ja da drüben tomaten und hier habe ich mal karotten angesät und geschaut ob man die auch im haus groß kriegt unter so einer lampe die gedeihen ganz gut man muss nur öfters wässern vergesse ich manchmal deswegen sind sie vielleicht noch ein bisschen zu mickrig interessant ist ich habe diese tomaten pflänzchen im herbst einfach aus einer scheibe tomaten die ich unter die erde gelegt habe gezogen ja und hoffe sie jetzt bis zum frühjahr durchzukriegen um dann möglichst früh wieder pflanzen zu können manche sind auch schon ganz schön groß geworden die tomaten pflänzchen habe ich jetzt von der erde mal umgetopft in einen behälter in dem einfach nur wasser drin ist man sieht schon vorher waren es nur die dicken wurzeln jetzt sind schon haufen keine wurzeln dran und das schon nach wenigen tagen da hinten habe ich dann auch noch mal eine und ich habe heute noch mal guten pflänzchen die habe ich all den schwimmern erst mal so gemacht bevor ich dann ein anderes setup her nehme ich habe die mal vom kunstlicht auf die fensterbank gestellt und war überrascht dass die blüten schon keine grüne tomaten gegeben haben also tomaten indoor zu ziehen geht meiner meinung nach das sind meine tomaten mittlerweile haben auch die kultur tomaten schon ja hier sieht man es bekommen ein paar kleine blüten und die traditionell noch die erde angepflanzte die hat sogar schon eine kleine tomate dran unglaublich aber wahr es freut mich dass es so funktioniert nun scheint es doch so zu sein dass man es im haus halten kann so 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 so